Im Großstadtdschungel. Ich zeige euch heute, wie ihr einen Dschungel im Glas bastelt. Für den Dschungel im Glas benötigt ihr ein Einmachglas, etwas Erde, Pflanzensamen und ein wenig Wasser. Wir fangen an mit dem Marmeladenglas. Das befüllt ihr etwa bis ein Viertel voll mit Erde. Je nach Größe eurem Marmeladenglas müsst ihr entweder mehr oder weniger Erde nehmen. Sollte etwa so voll sein, auf die Erde gebt ihr etwas Wasser, aber nicht so viel. Darauf gebt ihr dann die Pflanzensamen, nochmal ein wenig Erde und erneut ein bisschen Wasser. Dann stellt ihr euer Marmeladenglas an einen sonnigen Platz in eurer Wohnung und gießt jeden Tag das Glas mit ein bisschen Wasser. Und dann wartet, was rauskommt. Im Großstadtdschungel. denke es sehr.